Den Namen Terry Pratchett haben wahrscheinlich alle von euch schon einmal gehört, doch bei ganzen 41 Romanen ist es ziemlich schwer, den Überblick zu behalten und wer noch gar nicht mit der Scheibenwelt, also den Romanen Pratchetts, angefangen hat, der wird sich vielleicht auch ein wenig verloren fühlen und für den ist es dann vielleicht auch die Barriere, die dazu führt, dass man gar nicht erst mit der Scheibenwelt anfängt. Und bei diesem Problem steigt dieses Video ein und ich hoffe, dass nach diesem Video alle von euch wissen, wie sie mit der Scheibenwelt anfangen können und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit dem Video. Bleibt doch gerne dran, wenn es euch interessiert. Hallo und herzlich willkommen zu It's Fonk. Ich bin Isa und heute gibt es eine kleine Einführung in die Scheibenwelt. Ich möchte euch zum einen natürlich ganz allgemein etwas über die Scheibenwelt erzählen und dann zeige ich euch das wohl mächtigste Tool, mit dem ihr euch garantiert in der Scheibenwelt zurechtfindet. Und nicht nur das, ich spreche es sogar ganz en detail mit euch durch. Und ganz zum Schluss möchte ich auch noch über die Ausgaben sprechen und darüber, in welcher Sprache ihr Terry Pratchett am besten lesen solltet. Da das Ganze ein riesiger Berg von Informationen wird, habe ich euch unten in der Infobox ein paar Zeitmarken reingesetzt. Falls ihr also eines der Themen schon kennt und euch eigentlich nur für irgendwas Bestimmtes in diesem Video interessiert, könnt ihr sehr gern springen, aber ich versuche natürlich, mich so knapp wie möglich zu halten, auch wenn dieses Video wahrscheinlich ganz schön lang wird. Aber ich hoffe sehr, dass ihr dran bleibt. Ich hoffe sehr, dass ich euch weiterhelfen kann. Und nun legen wir los. Ja, was befähigt mich denn jetzt überhaupt dazu, ein Video zu Terry Pratchett zu machen? Ich habe ungefähr zwischen 15 und 20 Scheibenweltromane schon gelesen und dazu kommt auch noch, dass Terry Pratchett mich jetzt schon ziemlich genau mein halbes Leben lang begleitet. Ungefähr mit 14 habe ich angefangen, Scheibenweltromane zu lesen und ich habe sie verschlungen. Ich war damals eine fürchterliche Leseratte und habe mich so gefreut, in die Scheibenwelt einzutauchen, denn ich habe sie einfach geliebt. Auch wenn ich damals noch sehr jung war und heutzutage noch sehr viel mehr aus dem Humor mitnehmen kann, als damals, gefiel mir das Ganze unheimlich gut. Das Ganze ist nämlich nicht nur High Fantasy, sondern es ist auch sehr humorvoll geschrieben. Es ist typisch britischer Humor, es ist schwarzer Humor und es ist auch wahnsinnig intelligenter Humor. Denn dieser stürzt sich eben nicht nur auf irgendwelche flachen Witze, sondern versucht mit dem Witz auch teilweise Dinge in unserer heutigen Gesellschaft zu kritisieren. Und auch wenn alles in dem Buch etwas mittelalterlicher angehaucht ist, so kann wahrscheinlich jeder etwas aus diesem Buch mitnehmen. Und Terry Pratchett beweist wieder und wieder aufs Neue, was für ein unheimliches Gespür und Verständnis er für Politik, Philosophie, Naturwissenschaften und Historie mitbringt. Und mir persönlich war einfach fast jeder Roman von Terry Pratchett ein Fest. Natürlich hat Terry Pratchett nicht nur Scheibenwelt-Romane verfasst. Er hat auch mit Neil Gaiman ein gutes Omen verfasst, aber eben auch eine Science-Fiction-Reihe. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht heute wirklich einzig und allein um die Scheibenwelt. Und natürlich könnte man sich jetzt fragen, was ist die Scheibenwelt denn überhaupt? Natürlich ist die Scheibenwelt eine Scheibe, wie man sich wahrscheinlich schon denken kann. Und diese Scheibe steht auf dem Rücken von vier Elefanten, die wiederum auf einer riesen Schildkröte stehen, die durchs Universum schwebt. Diesen Aufbau hat sich vermutlich jeder Physikübungsleiter der Welt schon mal zu Nutzen gemacht. Aber das ist im Endeffekt das Szenario dieser Welt. Und manchmal spielt eben auch dieser Aufbau der Welt eine Rolle. In eigentlich jedem Buch wird er einmal erklärt. Und natürlich geht es aber insbesondere um die Bewohner der Scheibenwelt, insbesondere der Stadt Ankh-Morpork. Aber wir haben es auch noch mit einigen anderen Schauorten zu tun. Je mehr Scheibenwelt-Romane man liest, desto klarer wird auch einfach dieses Bild, das man von dieser Welt hat. Und ich finde es dabei absolut bemerkenswert, wie konsistent Terry Pratchett dabei bleibt. Es gibt ein paar Romane, die sind ein bisschen stärker, ein paar sind ein bisschen schwächer. Aber ich finde, jedes Buch ist ein Puzzleteil, das zu einem großen Ganzen führt. Und das ist eine gigantische Leistung, das über 41 Romane zu schaffen. Aber wir kommen wieder zur Zahl 41. Terry Pratchett ist im Jahr 2015 verstorben. Leider gibt es seither natürlich keine neuen Scheibenwelt-Romane mehr. Aber ich glaube, ihn kann auch einfach niemand ersetzen. Auf der anderen Seite hat man durch 41 Romane doch auch ein ganz gutes Lesefutter. Und jetzt zeige ich euch ein wahnsinnig tolles, wahnsinnig einfaches Tool. Ihr werdet wahrscheinlich lachen, das euch den ultimativen Überblick über die Scheibenwelt liefert. Ja, und hier haben wir genannte Quelle und zwar ist es ein Wikipedia-Artikel. Ich hätte ihn euch natürlich auch verlinken können und sagen können, lest ihn einfach, kommt schon damit klar, was wahrscheinlich auch in Ordnung gewesen wäre. Aber ich dachte mir, ich spreche jetzt ein bisschen mit euch durch und erkläre euch auch so ein bisschen, wie ihr diesen Artikel benutzen könnt. Und es gibt auch noch einen eigenen Artikel zur Scheibenwelt. Also hier geht es wirklich nur um die Reihenfolge der Romane. Und ich finde, das ist einer der besten Wikipedia-Artikel, die es gibt. Ihr wisst, in der Schule lernen wir alle, Wikipedia ist keine Quelle. Aber in diesem Fall ist Wikipedia eine fabelhafte Quelle. Und hier findet ihr eine Liste aller Romane und aller Informationen, die ihr dafür braucht, um die Terry Pratchett-Romane bzw. die Scheibenwelt-Romane in einer sinnvollen Reihenfolge zu lesen. Ihr seht schon hier im Inhaltsverzeichnis, es gibt erstmal eine Liste der Romane, die ich großartig finde. Und dann gibt es eben auch noch Klassifizierungen. Es gibt nämlich verschiedene Zyklen, Themen und Protagonistinnen in diesen Romanen. Und ihr seht schon, was es da ganz ungefähr für Themen gibt. Aber dazu kommen wir gleich auch nochmal kurz. Und dann gibt es sogar noch zu jedem Buch eine ganz kurze Info, die aber nicht wirklich viel verrät. Also das kann man sich definitiv auch durchlesen, wenn man möchte. Und wir beginnen jetzt erstmal mit der Liste der Romane. Denn natürlich könnt ihr, wenn ihr anfangt, Scheibenwelt-Romane zu lesen, auch beim allerersten Buch anfangen. Also wenn ihr euch hier wirklich an die Reihenfolge der Erscheinung haltet, werdet ihr die Bücher natürlich auch in sinnvoller Reihenfolge lesen. Aber das müsst ihr nicht. Was ich hier ganz nett finde, wir sehen hier einmal den Originaltitel, das Erscheinungsjahr, die Klassifizierung, die wieder ganz wichtig ist, wenn es darum geht, was man denn als nächstes liest. Denn wir sehen hier ganz klar, was denn nun das erste Buch einer Klassifizierung ist und auch wie es weitergeht. Aber auch das ist dann weiter unten, wenn es um die Klassifizierung geht, ein bisschen besser aufgeschlüsselt. Also da müsst ihr euch hier nicht unbedingt durchkämpfen. Aber wenn ihr das wollt, könnt ihr es natürlich machen. Was ich hier ein bisschen überflüssig finde, sind die Motive. Da stehen hier manchmal ganz lustige Dinge drin. Ja, also zum Beispiel Zeitung und Pop-Fiction. Ja, klar. Also es ist teilweise etwas fragwürdig, was hier manchmal drin steht. Aber ich finde, wenn man die Bücher gelesen hat, dann ist es irgendwie auch ganz lustig, sich das Ganze mal durchzulesen. Was denn nun die Motive sind? Und hier ist übrigens mein Highlight Fußball, Mode, Orks und Vorurteile herrlich. Auf jeden Fall ist es eigentlich eine ganz coole Liste, weil sie vollständig ist. Und was ihr hier auch seht, ist, dass alle Scheibenwelt-Romane, die erschienen sind, auch ins Deutsche übersetzt wurden. Das heißt, wenn ihr das Ganze nicht auf Englisch lesen wollt, bekommt ihr trotzdem die volle Bandbreite der Romane der Scheibenwelt. Ja, und dann seht ihr hier auch schon die Klassifizierungen und Lesereienfolgen. Und das ist auch was, das ich definitiv befürworte. Und zwar, dass man auf die Klassifizierung achtet und vielleicht sich eine Klassifizierung raussucht, wie zum Beispiel die Geschichten über den Zauberer oder die Hexengeschichten, den Tod oder auch die Stadtwache. Und einfach mit dem ersten Buch dieser Klassifizierung anfängt. Und wenn einem die Klassifizierung dann doch nicht so ganz zusagt, kann man sich dann eben auch nochmal einen anderen ersten Band nehmen. Und so baut sich auch die Scheibenwelt für einen persönlich irgendwie logisch auf. Und ja, man kann dann natürlich auch eine Klassifizierung verfolgen, kann also alle Romane über den Tod lesen, über die Stadtwache und so weiter. Also ja, ihr seht schon, das Prinzip ist einfach, es gibt halt verschiedene Handlungsstränge und logischerweise fängt man am Anfang eines Handlungsstrangs an. Aber was auch ganz schön ist, ist die Tatsache, dass Figuren teilweise eben auch in anderen Romanen vorkommen, wie zum Beispiel der Hauptmann der Nachtwache ist dann natürlich auch in manch anderem Roman zu bewundern in manch einer Szene. Genau, so tritt der Tod in relativ vielen Romanen auf, auch wenn man sich gerade nicht im Todzyklus befindet und so weiter. Also ihr seht, es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Im Endeffekt ist die schwierigste Aufgabe, sich für einen Zyklus zu entscheiden. Hier unten steht nochmal, dass es nicht so wichtig ist, in welcher Reihenfolge man die Lektüre liest, dass es manchmal aber sinnvoll ist, sie in der richtigen Reihenfolge zu lesen und das kann ich auch bestätigen. Also es ist, sobald man den ersten Roman gelesen hat, nicht ganz so wichtig, womit man dann weitermacht. Nichtsdestotrotz machen manche Charaktere auch gewisse Entwicklungen durch und natürlich verändert sich dann manchmal eben auch das Leben der Charaktere. Und ich finde es schon sinnvoller, dass man da dann vielleicht auch die Reihenfolge einhält, auch wenn die Geschichten dann oft in sich abgeschlossen sind. Es ist also zum Beispiel bei den Büchern über die Stadtwache nicht so wichtig, was man denn jetzt nach dem ersten Roman liest, denn die Fälle, die die Stadtwache dann irgendwie behandelt, die sind dann oft in sich abgeschlossen. Aber die Charaktere machen natürlich auch persönliche Entwicklungen durch und wenn man da nichts verpassen möchte, kann ich definitiv empfehlen, sich trotzdem an die Reihenfolge zu halten. Auf der anderen Seite gibt es eben Klassifizierungen, die ich zu Anfang sehr gut empfehlen kann und andere, bei denen ich mir denke, dass es ganz gut ist, wenn man vorher vielleicht schon zwei, drei Scheiben Weltromane gelesen hat, bevor man sich dann daran macht, einfach damit man die Welt schon ein bisschen kennt, damit man auch ein Bild hat, wie zum Beispiel auch die Stadt Ankh-Morpork funktioniert. Und es treten da dann eben auch Charaktere auf, die man dann idealerweise schon kennt, auch wenn die Hauptcharaktere oft andere, neue sind, die auch komplett von vorne an neu eingeführt werden. Ja, und hier kommen dann eben kurze Zusammenfassungen oder kurze Einleitungen zu den verschiedenen Geschichten. Und dann haben wir hier auch immer, in welcher Reihenfolge die Romane veröffentlicht wurden und das finde ich sehr sinnvoll, was hier steht. Also das kann man sich definitiv mal anschauen. Und bei den Zauberern fängt das Ganze an. Das ist auch einer der ersten Scheibenweltromane, beziehungsweise der erste Scheibenweltroman ist die Farben der Magie. Da fängt das Ganze an. Es geht um einen Zauberer an der unsichtbaren Universität, der ein Abenteuer beschreitet. Das ist dann also ein relativ klassisches Fantasy-Abenteuer. Ich muss aber sagen, dass ich durchaus finde, dass die anderen Geschichten von Pratchett vielleicht nicht ganz klassische Fantasy sind, aber für mich doch mehr Alleinstellungsmerkmale haben. Und ich finde, das kann er auch irgendwie ein bisschen besser. Also hier am Anfang ist es quasi so die sichere Zone, in der wir uns einfach ein Fantasy-Abenteuer anschauen. und wir haben es mit Winswin zu tun. Das ist ein Zauberer, das ist die Hauptfigur. Und er trifft dann aber auch noch seinen Weggefährten, mit dem zusammen er dieses Abenteuer beschreitet. Und das kann man natürlich zuallererst lesen. Das waren übrigens auch meine ersten Scheibenweltromane. Aber ich finde auch, dass man definitiv mit anderen Geschichten anfangen kann. Aber wenn ihr euch für Zauberer, für Magie, auch für klassische Fantasy interessiert und euch nicht ganz so sicher seid, ob ihr mit den sonstigen Themen Pratchett gut klarkommt, ist das natürlich auch eine sichere Sache, die ihr euch anschauen könnt. Dann gibt es noch die Hexengeschichten. Das ist übrigens auch eine der Geschichten, die ich nicht unbedingt zu meinen Lieblingen zähle, einfach weil ich die Hexen jetzt nicht so spannend fand. Aber was ich ganz cool finde, es gibt hier zum Beispiel auch den Roman Macbeth. Das ist der zweite Roman. Und das ist eine Parodie auf Macbeth. Also wir haben da ziemlich bekannte Motive, wenn man Macbeth schon kennt. Und das finde ich immer ganz spannend. Aber generell finde ich, dass eigentlich alle Scheibenweltromane teilweise schon bekanntes parodieren. Es müssen ja nicht unbedingt andere Werke sein, sondern oft werden eben auch Dinge aus unserem echten Leben kritisch hinterfragt und in wunderbar humorvoller Art und Weise in diese Fantasywelt übertragen. Und das finde ich immer ganz, ganz wunderbar. Dann kommen wir zu den Geschichten, die meine persönlichen Favoriten sind. Aber wie gesagt, greift euch einfach den ersten Band zu dem, was euch am meisten interessiert. Dann kommen wir zu den Todgeschichten. Und ich liebe die Geschichten rund um den Tod, einfach über alles. Im allerersten Roman geht es natürlich um den Sensenmann selbst, aber er bekommt auch einen Gehilfen. Er ist nicht unbedingt geschickt, aber die beiden müssen eben auch ihre Abenteuer bestehen. Und dann gibt es noch Schweinsgalopp. Und dazu gibt es sogar einen Film. Auf Englisch heißt das Ganze Hockfarbe. Und das Ganze ist ein Weihnachtsfilm. Auch eine große Empfehlung, eine tolle Geschichte. Und alles in allem geht es in diesen Geschichten auch darum, dass der Tod oft auch sehr menschliche Züge hat, während er auf der anderen Seite oft gar nicht so richtig versteht, was die Menschen denn so machen, was die Menschen bewegt. Und das ist ein ganz, ganz spannender Einblick und eben auch sehr, sehr humorvoll, wie hier mit dem Thema Tod umgegangen wird. Dann kommen wir zum nächsten Liebling. Und ich finde, die Stadtwache ist eigentlich der Starter, den ich fast allen empfehlen kann. Einfach, weil diese Geschichten auch sehr repräsentativ für die Stadt Ankh-Morpork sind. Denn die Stadtwache, beziehungsweise zuerst ist es sogar nur die Nachtwache, ist eben die Nachtwache selbiger Stadt. Und wir begleiten unseren Hauptmann. Die Nachtwache ist eigentlich ziemlich zerrüttet. Sie funktioniert nicht so richtig gut. Und wir begleiten hier eben auch Charaktere, die eben etwas minder intelligent, aber dafür nicht weniger humorvoll sind. Also oft haben wir hier eine ganz tolle Situationskomik. Wachen Wachen ist einfach das Buch, das ich fast jedem empfehle, der mich fragt, was man denn nun als ersten Pratchett lesen kann. Und ich finde, es ist einfach ein sehr heiterer, humorvoller Fantasy-Roman. Und gerade die Nachtwache wächst einem da auch wahnsinnig ans Herz. Und deshalb ist die Nachtwache auch eine der Geschichten, aus der ich die meisten Romane gelesen habe. Ich sage jetzt die ganze Zeit Nachtwache. Hier steht Stadtwache oben drüber. Das hat aber seinen Grund. Ich möchte nicht zu viel dazu erzählen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass ich hier eben etwas anderes sage, als es hier steht. Aber nichtsdestotrotz ist die Stadtwache, beziehungsweise Nachtwache, einfach eine gigantische Empfehlung. Ich liebe diese Charaktere. Ich habe bei weitem die meisten Scheibenwelt-Romane aus dieser Sektion gelesen. Also, da kann keiner andere mithalten. Und ich kann sie einfach nur empfehlen. Ich wiederhole mich schon wieder tausendmal. Gehen wir weiter. Dann kommen wir langsam in die Richtung, in der nicht mehr ganz so differenziert wird, worum es geht. Eben, weil es auch Romane gibt, die jetzt keine so große Sektion aufmachen. So haben wir hier zum Beispiel die Anc Morpork-Geschichten. Da liebe ich die Romane rund um Feucht von Lipwig. Das ist ein Gauner, der aber von der Todesstrafe befreit, beziehungsweise vom Henker gerettet wird, auch wirklich ganz unmittelbar, damit er die Post instand setzt. Denn der Patrizia, der Tyrann von Anc Morpork, findet, dass das genau der richtige Mann dafür ist und setzt ihn ein, um die absolut nicht funktionstüchtige Post, die der Salon fähig zu machen. Damit beginnt diese Sektion. Es wird auch noch aufgelistet, dass man vorher die volle Wahrheit lesen kann. Die ist aber etwas abgesetzt von Ab die Post, schöne Scheine und toller Dampf voraus. Es gibt dann eben noch die sonstigen Romane. Das sind teilweise wirklich Standalones, für die man aber oft besser schon mal ein paar andere Romane gelesen haben sollte. Und gerade hier bei den Anc Morpork-Geschichten und bei den sonstigen Romanen, da würde ich auch wirklich sagen, und die sollte man sich vielleicht nicht als allererstes schnappen, sondern bei denen sollte man vielleicht vorher mal 1, 2, 3 aus anderen Zyklen gelesen haben. Das war es hier vom Wikipedia-Artikel. Aber den kann ich euch wirklich ans Herz legen. Den kann man sich als Lesezeichen speichern. Ich benutze den auch relativ häufig. Gerade wenn ich überlege, was ich als nächstes lesen möchte von Pratchett, ist es einfach ein wunderbares Tool und ich kann es euch allen einfach nur ans Herz legen, wenn ihr Orientierungsschwierigkeiten habt, was man bei 41 Romanen ja wohl mal haben kann. So, jetzt habt ihr hoffentlich alle eine Idee, mit welchem Scheibenweltroman ihr anfangen wollt. Aber dann kommt natürlich noch die liebe Frage, in welcher Sprache soll ich das Ganze lesen und welche Ausgaben gibt es? Und was die Ausgaben anbelangt, muss ich leider eine sehr ernüchternde Antwort geben, gerade für alle LiebhaberInnen, die gerne sammeln, denn es gibt keine einheitliche deutsche Ausgabe der Terry Pratchett-Romane. Es gibt zum einen Ausgaben aus dem Goldman Verlag, es gibt aber auch Ausgaben, die sind bei Pipa erschienen, die etwas älteren Ausgaben sind bei Manhattan erschienen. Es ist also alles ein bisschen verstrickt. Die älteren Romane sind alle von Andreas Brandhorst übersetzt, meiner Meinung nach wirklich gut und ich habe auch schon Pratchett auf Englisch gelesen und ich kann wirklich sagen, die deutschen Übersetzungen sind gut. Auch die neueren finde ich wirklich passend und auch wenn man jetzt natürlich sagen kann, dass durch den Sprachwechsel vielleicht auch einiges an Humor verloren geht, was definitiv bestimmt so ist. So ist die Übersetzung trotzdem immer noch sehr, sehr gut und die Übersetzungen versuchen auch möglichst viel von diesem originalen Humor einzufangen und meiner Meinung nach machen sie es eben so gut, wie man es machen kann und da bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja, so eine typische deutsche Ausgabe sieht ungefähr so aus. Das sind hier diese etwas älteren Cover. Manche Ausgaben haben etwas modernere Cover, aber ich finde diese alten eigentlich gar nicht schlecht. Ich hatte von sehr, sehr vielen dieser Bücher auch alte Hardcover-Ausgaben. Ich war nur leider so blöd und ich beiße mir jedes Mal wieder selbst in den Hintern, dass ich sie veräußert habe. Ich habe ungefähr so mit 18, 19 diese Ausgaben verkauft, weil ich da eben nicht mehr so in meiner Lesephase bin und mehr Videospiele gespielt habe und deshalb besitze ich diese Ausgaben heute nicht mehr und es bricht mir das Herz. Aber diese älteren Ausgaben finde ich sehr, sehr schön und sie sind auch fast alle in etwa im selben Stil gehalten. Dann gibt es noch englische Ausgaben und da gibt es eben eine Collectors Edition in Hardcovern, die eben wirklich toll gestaltet sind. Das ist jetzt die englische Ausgabe zu Wachen Wachen und da gibt es wirklich tolle Ausgaben. Ich kann euch hier auch noch mal meinen Liebling zeigen und zwar ist das das Cover zu Hogfather, also der Weihnachtsgeschichte, die es aus der Scheibenwelt gibt und das ist wirklich der Kracher, finde ich. Ja, das Einzige ist natürlich, diese Ausgaben sind auf Englisch und was die Sprache anbelangt, ist das Ganze vielleicht nicht ganz so leicht, denn Terry Pratchett hat eine wunderschöne malerische Sprache, aber ich finde, wenn diese Sprache nicht die Muttersprache ist, ist es doch schon ein wenig Arbeit, das Ganze zu lesen. Also ich benutze tagtäglich Englisch, es gehört zu meinem Alltag dazu und auch in fachlichem Englisch muss ich mich bewegen und habe damit auch überhaupt kein Problem, aber dennoch sind für mich die Scheibenwelt Romane Arbeit. Also würde ich sie auf Englisch eher nur empfehlen, wenn ihr wirklich gut Englisch sprecht, denn sonst könnte es eben sein, dass euch ganz schön was entgeht bei der englischen Ausgabe. Wenn ihr aber gut Englisch beherrscht, kann ich es euch empfehlen, auch mal einen Pratchett auf Englisch zu lesen, einfach weil der Humor hier nochmal ein bisschen toller rüberkommt als in den deutschen Ausgaben, auch wenn ich, wie gesagt, die deutschen Ausgaben ebenfalls empfehlen kann. Damit habe ich überhaupt kein Problem und gerade lese ich auch wieder einen Pratchett auf Deutsch und finde es wieder völlig zauberhaft und passend. Also somit kann ich euch die Entscheidung nicht abnehmen, auf welcher Sprache ihr denn lest. Im Englischen habt ihr natürlich den Vorteil, gerade wenn ihr sammeln wollt, dass ihr hier die einheitlichen Ausgaben habt und alle Scheibenwelt Romane sind auch in dieser Ausgabe erschienen, manche eben erst vor kurzem, aber inzwischen ist die Collection dann auch ziemlich vollständig und ich finde diese Bücher einfach wunderschön, aber auf Deutsch ist das Ganze natürlich etwas entspannter zu lesen und ja, da muss man sich halt entscheiden, was man möchte. Ich persönlich muss auch sagen, ich würde mich jetzt auch nicht auf eine Sprache festlegen. Ich kann euch die Entscheidung, auf welcher Sprache ihr lest, absolut nicht abnehmen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich hoffe, dass ihr jetzt ungefähr eine Idee habt. Kleine Tipps, die ich euch dazu noch geben kann, ist, dass es die Bücher auch als Hörbuch gibt. Da habe ich leider noch nicht reingehört und habe mir noch kein Bild dazu gemacht, aber das könnt ihr ja mal tun. Es gibt ja Hörproben, die man sich durchaus mal anhören kann und man bekommt die Bücher zum Großteil auch wirklich gut gebraucht. Gerade die etwas älteren Bände bekommt man ziemlich gut, eben weil die auch schon seit den 80ern erscheinen. Somit sind die Gebrauchtportale doch relativ voll damit, aber es gibt eben im Deutschen auch die Bücher fast alle als Taschenbuch. Somit ist es jetzt finanziell kein großes Risiko, einfach mal in die Scheibenwelt reinzuschnuppern. Und ich hoffe, dass ich euch Lust gemacht habe, das auch mal zu tun und keine Angst mehr davor zu haben, dass die Scheibenwelt 41 Romane umfasst. Denn man muss definitiv nicht bei Band 1 anfangen und man muss sie auch definitiv nicht alle lesen, auch wenn das Suchtpotenzial ziemlich groß ist, wenn die Scheibenwelt Liebe erstmal entfacht ist. Und damit beende ich dieses kleine Video. Ich hoffe sehr, ich konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, das Video war, was ihr euch erhofft habt. Schreibt mir doch gerne eure Eindrücke zur Scheibenwelt unten in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Völlig egal, ob ihr jetzt Neuling seid oder eben auch schon seit Jahren die Scheibenwelt belest und liebt. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!